Hoho! One pot? Nee! One pan! Natürlich Hollandaise. Und hier von gestern. Ich hatte es im Kühlschrank beinahe vergessen, aber das allerbeste neben den Würstchen natürlich ist der Knoblauch mit dem Paprika da drin. Meine Güte, ich muss Knoblauch kaufen. Ich habe nichts mehr da. Ich habe festgestellt, dass ich immer mehr Ähnlichkeiten mit Karlsson vom Dach habe. Wo der Propeller ist, weiß ich nicht, aber es gibt da viele Gemeinsamkeiten. Ich muss mich dieser Herausforderung stellen. Onkel, was erzählst du da? Ich muss diese Pfanne jetzt essen. Mindestens die Hälfte. Ich möchte ja nicht, aber ich muss die Stimmen sagen, ich soll nicht essen. Kapokohldampf. Na denn, einen schönen Montag. Mensch, jetzt spannt es sogar ein bisschen. Die Sonne hat mir sehr gut getan. Onkel, Onkel, Metamorphose eingeleitet? Ja, Mann! Metamorphose eingeleitet! Na denn, eine schöne Woche wünsche ich noch. Ja, Mann! Schöne Woche! Pfff!